Das war wieder ein schöner Beitrag. Leider sind wir jetzt trotzdem schon etwas verspätet. Der Vorteil bei uns ist aber, dass wir trotz Verspätung unseren Anschluss-Demo-Zug noch kriegen, anders als die Bahn. Und deshalb, glaube ich, können wir das gerne in Kauf nehmen. Es gibt unglaublich viel, was in den Tagen passiert ist, was noch erwähnenswert wäre. Ich möchte das ganz kurz ansprechen. Mappus kämpft immer noch um die Geheimhaltung seiner E-Mails. Wir fordern immer noch, dass ein neuer Untersuchungsausschuss zum 30.09. endlich klärt, dass nicht nur ein paar Polizisten in diesem schändlichen Ereignis schuld sind, sondern auch die politisch Verantwortlichen. Und das kann auch für die Aufmerksamkeit gefallen werden. Ich glaube, es geht vielen von euch genauso wie mir, dass mich heute noch die Wut packt, wenn ich Bilder aus dieser Zeit sehe und wenn ich daran denke. Und ich denke, das ist jetzt nicht nur ein primitives Bedürfnis nach Rache, sondern wir wollen einfach, dass diese Ereignisse aufgeklärt werden und dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Das geht jetzt auch in einem anderen Bereich. Es kommt jetzt gleich keine Art Knie-Ring, aber ich darf vorher noch kurz etwas sagen. Die DB AG hat sich heute wieder unsäglich in der Zeitung geäußert. Zwei Dinge möchte ich rausbecken, in der die ganze Erbärmlichkeit der Führungsebene der DB AG sich zeigt. Erstens, das Chaos in Mainz. Was ist der DB AG dazu eingefallen? Der Personalvorstand Ulrich Hamburg hat angekündigt, dass durch Butschriften von ein paar Euro, aber nur für Stammkunden, gut gemacht werden soll, was da passiert ist. Und mit diesen paar Kreuten soll das verlobene Vertrauen wieder zurückgewonnen werden. Vertrauen kann man aber nicht mit ein paar Euro einkaufen, Herr Ulrich. Das geht nur durch Qualität des Bahnbetriebs. Und das kommen wir. Das wird uns so harme Bücher noch, wenn man hört, dass gleichzeitig Herr Grube sich nicht entblödet, von der Bundesregierung zu fordern, dass er jährlich 1,2 Milliarden zusätzlich an Steuergeldern bekommen will. Und wir hören euch stahlen für Tunnel und Brücken. Da hätten wir eine gute Idee. Bei einer Neubaustrecke können wir einige Tunnel und Brücken sparen. Vergessen wir nicht, dass es dieser Mann ist, der mit seinen verlobenen Rechnungen verantwortlich dafür ist, dass 2009 widerrechtlich die Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages stattgefunden hat und sich dort auch noch frech gegenüber einem Reporter, der ihn auf diesen Widerspruch hingewiesen hat, versucht hat zu verteidigen, auf eine ganz unverschämte Art und Weise, die mit einer Demokratie überhaupt nichts zu tun hat. Und mit dieser Unterschrift unter dem Finanzierungsvertrag hat damals auch das Unheil der Stadtverstörung seinen Lauf genommen. Deshalb denke ich, dass dieser Mann wegen Betrug und Untreue vor Gericht gehört. So, das war eine sehr emotionale Aussage, aber das musste jetzt einfach mal raus. Sehr viel sachlicher wird sich mit dem Thema jetzt Dr. Bernhard Knierin von Bahn für Alle auseinandersetzen, der mit Winfried Wolf zusammen auch den alternativen Geschäftsbericht der Bahn verfasst hat, der auch in der Taz unter anderem veröffentlicht wurde. Bitte, Bernhard. Vielen Dank. Vielen Dank.